Na 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 Oh, da seid ihr euch schon wieder. Okay, Mind if I join in? Gut. Metal Gear Rising, die 19. Leute. Lasst uns doch mal sehen, ob wir alles haben und ich bei unserem kleinen Dance nichts vergessen habe. Gut, weiter im Text. Du kleines Mist-Nubs-y Widerliches Das fand ich toll. Oh, ein Fass. Okay. Ich liebe Fässer. Kann ich irgendwo... Oh, da ist ein Nupsi. Dieses Nupsi werden wir abknallen. Kleine Nupsis sind immer toll zum Abknallen. Oh, jenes kleine Nupsi. Na toll. Denn ich habe immer keinen Bock, mich mit den Viechern im Nahkampf rumzuärgern. Oh, mit denen erst recht nicht. Ich will die auch so viel nahe haben können. Schmocks! Ich vergesse manchmal einfach, wie praktisch dieses Anvisieren ist. Okay. Wie wäre es mit einem guten Einwurf? Point Blackshot, bitches! Haha! Seriously? Wie viele denn noch davon? Kommt schon her. Hallo? Oh, fuck you! Das war doch... Das war doch... Mist! Die meisten aussterben. Wie nett. So, alles klar. Continue Ripping. Saiyong! Mistfeet. Yep. Definitely doing it. Might. Yes. Ist klar. Was? Noch was? Hast du diese... Deine scheiß Mistfecher! Joink! Noch was? Na? So. Ich habe eine Route mit relativ lighten Sicherheit. Ich werde die Haltung auf deinem Solidarno-Radar marken. Sieh, Sir! Ich muss doch nicht mal schleichen. Das ist so praktisch! Meins! Das... Ach, shit! Das... Oh, Mist. Ich wusste dieses... Ich wusste dieses... Boah, sie legt den einfach so. Ist der Hammer, ey. Oh, du lebst noch! Sorry! Schnack! Hey! Mann, du blödes Misttier! Lass mich doch erst mal den Kollegen hier... Boom! Okay! Au! Jo! Alles klar! Also diese Machete... Ist schon irgendwie fett! Habe ich gar nicht so registriert beim ersten Mal durchspielen... Dass die Machete so... ...deak reinhaut. Also ich fand sie halt eigentlich immer zu langsam. Aber... Es lohnt sich ja immer alles zweimal auszuprobieren, ja? Hi, Wolf. Ich will... Ich will find a way to exit the helicopter. Proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Toll! Ich bin nur ein Fass. Ich bin nur ein Ölfass. Geh weg! Shit! Ah, warum muss der sich... Warum muss diese blöde Kamera sich so drehen? Oh, shit! Geh weg! Geh, geh, geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will doch nur... Ah! Ich muss nicht mal meinen Ripper-Mode finden. Ah, okay. Oh, hallo! Oh, okay. Saja, das... Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Das ist so unglaublich. Wieder im Ripper-Mode, weil er einfach noch schneller zuschlägt. Diese Typen einfach so zerhackstückt. Boom! Braver, Soldat. Und was gibt's hier sonst noch? Da ist ne Kiste. Und der Typ steht hinter dem Fahrzeug. Hä? Achte! Und das Fahrzeug vibriert... Was? Wieso? Wie komm ich da rein? Dahinter ist auch noch ne Kiste. Wie komm ich da rein? Oh. Was ergibt Sinn? Ich bin immer noch auf der Suche nach diesen verdammten... von den ganzen linken Händen, aber... Oh, nice. KP... Mission! Immer gut? Oh, nee. Oh, shit! Whoa, hi! Ha, ha, ha! Good boy! Jungs, jetzt rein! Hey, kann ich mal... Fuck you, Blake... Hallo? Blake-Mode-Dings? Wollte ich gerade? Ach ja, richtig. Ich kann ja jetzt... Ich kann ja in der Luft blocken. Leile! Ey, ich bin doch... Ausgewichen. Widerliches... Mist... Blödes... Yes. Aha. Keine Bedrohung mehr. Keine Bedrohung. Nein! Ah, nein! Lass, 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 lass! Geh weg! Shit! Du bist ein unglaublich mieses Stück Dreck! Ah! Das war... Sehr knapp. Ich hätte fast eine von meinen Health-Nuxis benutzen müssen. Ich kann fragen, C. Oh, schaut mal, das hier ist cool. Das war's... Ich habe eine Verbrechung. Was ist ja. Ich bin Chopin. Das war's. Schatz ist eines B-Synos. Aber ich hatte die Werbınız nie zu spivieren. Ich zeige mich zu sehen. Egal, Spielerei. Melone! Diese Melonen-Nummer war damals die erste Introduction von dem ganzen Game, glaube ich, soweit. Also es wurde halt wirklich erst die Engine vorgestellt und dann alle möglichen anderen verschiedenen Trailer zu diversen Story-Inhalten. Verwärts. 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 Find a vehicle. Genau. Das sollte gut sein. Willi! Sehr schön. Danke für Ihre Mithilfe. Ja, Leute, das war leider Gottes schon die Mission. R05 geschlossen. Ähm, so vier Folgen pro Mission ist jetzt leider erstmal nicht. Die nächste wird leider auch so kurz. Okay, ähm, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt das hier so zu beenden und dann die, mit der nächsten Folge die neue Mission frisch anzufangen. Ähm, ihr könnt natürlich immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und, äh, Facebook, Twitter, Community, ITC, sehr einfach zu finden. Ah, der saß quer. Ähm, abgesehen davon, es gibt auch noch zwei andere regelmäßige YouTuber auf unserem Kanal. Kojinator und Malek geben sich immer viel Mühe, euch zu entertainen, genau wie ich, also schaut doch einfach mal da vorbei, wenn ihr Lust habt. Und wenn das dann immer, immer, immer noch langweilig ist, dann kann ich euch leider auch nicht helfen, ihr müsst bis morgen warten. Okay, alles klar, kriegen wir das so hin. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Gott, bis morgen. Blank out.